Wir werden heute eine Komposition von meiner verrückten Freund von England spielen. Er ist eigentlich ein wahnsinniger Superkomponist und er hat eigentlich einen besonderen Humor. Und die nächste Komposition ist vom Ärztin Gustav Morris, der ist hier heute Abend auf meiner linken Seite. Und wir spielen ein Lied, das heißt The Bike. Montagmorgen, ein gewisser Gentleman sitzt in seiner Lieblingskonditerei in Bishopsholen. Er trinkt ein Melange, isst ein Kipfel, die Sonne scheint, die Welt ist im Morgen. Heute Morgen kommt ihm sein Sohn in die Gegend. Ein schüchternder, aber angenehmer Pusch sitzt sich neben seinem Vater und sagt, Vater, ich habe mich geliebt. Sein Vater nachelt und meint, wie schön, es würde auch Zeit. Wer ist die Glückliche? Der Son antwortet, die Eva von der Post. Ich würde sie gern heiraten. Werde das dir recht? Ich würde sie gern heiraten. Der Vater blickt etwas besorbit. Mein Sohn, als ich jung war, hätte ich ein Fahrrad und bin damit oft durch die Stadt gefahren. Ich hätte einen Riesenspaß. Es gibt Konsequenzen. Und leider darfst du Eva nicht heiraten. Denn sie ist dein Hauptschwester. Verstehst du? Es gibt Кonsequenzen. Es gibt Konsequenzen. Es gibt Konsequenzen. Aber sechs Monate später kehrt er zu der selben Reisung mit Bischofung. Er sagt, Vater, ich habe mich schon wieder verlebt. Der Vater lacht und meint, wie schön. Es würde auch Zeit, wer ist der Glückliche? Darauf der Sohn. Es ist die Charlotte von der Bahn. Ich würde sie gern heiraten. Wäre das dir recht? Ich würde sie gern heiraten. Mein Sohn, als ich jung war, hätte ich ein Fahrrad und bin damit oft durch die Stadt gefahren. Hätte auch ein Riesenspaß. Es gibt Konsequenzen. Und leider darfst du Charlotte nicht heiraten. Denn sie ist kein Hauptschlester. Schleifst du. Musik 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 Der Sohn geht dieses Mal aber zu seiner Mutter. Mama, ich muss dir leider mitteilen, dass Papa nicht ein guter Mensch ist, für den du ihn hältst. Sag die Mutter, was meinst du, mein Sohn? Na ja, zuerst will ich Eva heiraten. Welche Eva? Die von der Post. Aber Papa meint, er hätte als Junge ein Fahrrad und Eva sei meine Hauptschwester. Und jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Es ist schon in Ordnung, mein Sohn, sagt die Mutter. Du kannst jede Frau heiraten, die du willst. Er ist nämlich gar nicht dein Vater. Das ist schon in Ordnung, mein Sohn. Applaus Das ist schon in Ordnung, mein Sohn. 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 Sohn. Drei.